Täglich begegnen dir Begriffe bei der Arbeit mit dem Computer, Tablet oder Smartphone, die aus dem Englischen übernommen wurden. So wirst du sicher schon öfter den Begriff Drag and Drop gehört haben. In diesem Video erkläre ich dir die Bedeutung von Drag and Drop und wo es Anwendung findet. Hallo, ich bin Thomas von Harzer Bergwald. Heute möchte ich dir den Begriff Drag and Drop näher erklären. Auch in meinen Videos verwende ich ihn und vielleicht hast du dich schon gefragt, was damit gemeint ist. Drag and Drop ist ein englischer Begriff. Drag and Drop meint auf Deutsch ziehen und loslassen oder ziehen und ablegen. Der Begriff kann dir in verschiedenen Schreibweisen begegnen. Die vereinfachte Schreibweise nutzt das Zeichen für das Wort UND oder das Wort UND wird mit Apostroph und dem Buchstaben N verkürzt. Drag and Drop kann auch ausgeschrieben verwendet werden. Mit Sicherheit hast du Drag and Drop schon benutzt, ohne den Begriff damit zu verbinden. Grob umschrieben bezeichnet Drag and Drop das Ziehen und Loslassen bzw. Ablegen von grafischen Elementen wie Icons oder Text. Auf dem Computer findet Drag and Drop z.B. Anwendung im Verschieben einzelner Verknüpfungen bzw. Icons auf deinem Desktop, dem Startbildschirm. Du kannst dort die Positionen der Verknüpfungen durch Anklicken und Festhalten der linken Maustaste verändern. Ziehe dabei die Verknüpfung an eine andere Position und lasse die Maustaste wieder los. Ziehen und Loslassen. Drag and Drop. Führst du die Aktion bei gedrückter rechter Maustaste durch, stehen dir weitere Optionen wie Kopieren und Archivieren zur Auswahl. In Programmen am Computer begegnen dir ebenfalls Elemente, die du durch Ziehen und Loslassen in ihrer Position veränderst. Das kann beispielsweise in der Grafikbearbeitung, in Textprogrammen oder in Videoschnittprogrammen Anwendung finden. In deinem Dateibrowser kannst du Ordner und Dateien per Drag and Drop verschieben und so einfach und schnell organisieren. In Browsern lassen sich Tabs in der Reihenfolge verschieben oder ganz und gar in neuen Fenstern anordnen. Moderne Routenplaner wie Google Maps oder Komoot nutzen ebenfalls die Funktion Drag and Drop. Du kannst hier Elemente wie Markierungen ziehen und loslassen und so ihre Positionen einfach verändern. Auch Routen lassen sich durch Drag and Drop ziehen und loslassen. Auf dem Tablet und auf dem Smartphone begegnet dir Drag and Drop ebenfalls. Auch hier findet es bereits auf dem Startbildschirm Anwendung. Icons für Verknüpfungen können nach dem gleichen Prinzip gezogen und losgelassen werden. Hier ersetzt dein Finger die Maus. Tippe mit deinem Finger auf das gewünschte Symbol und verschiebe es. Zum Platzieren nimmst du den Finger vom Bildschirm, Ziehen und Loslassen, Drag and Drop. Am Tablet und Smartphone kann mit Drag and Drop oft auch die Sortierung und Reihenfolge von Elementen geändert werden, indem man sie in der Liste antippt und an eine andere Position schiebt, um sie dort zu platzieren. Sicher wirst du Drag and Drop noch in vielen anderen Variationen finden. Im Outdoor-Routenplaner Komoot in der Playlist oben rechts ist das häufig der Fall. Ebenso bei Google Maps und seiner Erweiterung My Maps in der Playlist unten rechts. Ich bin Thomas und freue mich auf deine Bewertung und einen Kommentar von dir. Wenn du möchtest, kannst du den Kanal über dem Button unten rechts unter dem Video kostenlos abonnieren. Bis zum nächsten Mal.